Wenn du Musik machst, dann musst du darauf konzentrieren. Da geht es mir oft, wenn ich mit viel Stress auch da irgendwo hinkomme, dann auch richtig gut. Und das ist das Schöne, finde ich einfach. Dass junge und alte miteinander was macht und es ist schon interessant und macht auch Freude. Es ist einfach spannend. Die Stimmung in der Stackerbein ist richtig gut und wir haben richtig viel Gaudi. Die Stackerbein begleitet die weltlichen und kirchlichen Feste, die in der Stackerbein stattfinden. Wir spielen ganz viele verschiedene Genres, über böhmische Blasmusik bis hin zur symphonischen Blasmusik. Es macht unwahrscheinlich Spaß, weil eine ganz tolle Dynamik drin ist und ein ganz guter Zusammenhalt. Die Musik ist für mich ein ganz großes Bindeglied. Man kann über die verschiedenen Genres das Ganze mitleben und natürlich Tradition verbinden. Wenn die Gemeinschaft nicht gepflegt wird, auch durch so persönliche Veranstaltungen, gemeinsame Ausflüge. Weil in einem Laienorchester brauchst du schon irgendwie so persönliche Beziehungen, dass man gern da hingeht. Ohne das geht es auch nicht. Mein Name ist Sepp Kronwitter, ich bin der musikalische Leiter der Tölzer Stadtkapelle und der Tölzer Jugendkapelle. Probenarbeit, das ist wirklich schwer. Die verschiedenen Programme oder die verschiedenen Stilistiken und auch das Feeling an die Musiker ranzubringen. Das ist harte Arbeit, aber für mich ist das ein Highlight. Die Laien so weit zu kriegen, dass sie fast auf einem professionellen Niveau spielen. Es sind dann immer wieder Konzerte, wo man einfach sagt, man weiß, warum man das macht. Das ist irre. Also es kommen ganz viele Zuschauer auf uns zu und sagen, dass ihnen das so gut gefällt. Und natürlich bestätigt es einen. Das macht einfach Spaß, wenn man mit zwei Orchestern ein Niveau erreicht, was meine Arbeit für mich und nach außen auch bestätigt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, für mich hat die Stadtkapelle mein ganzes Leben begleitet. Also immer die Freude, da Musik machen zu dürfen. Das ist richtig schön. Das macht richtig Spaß. Das ist riesig. Untertitelung des ZDF, 2020